Da schmiere ich Niki ins Gesicht, dann mache ich das schon mal heiß für deine Haut. Ich habe mich so endlos verliebt in dich. Ich fühle mich so verlassen und ungeliebt. Ich habe versucht, meine Familie zu erreichen, aber sie lehnen mich nur ab. Jedes Mädchen sucht, still nicht nach solchen Typen. Typen, jo, fuck, voll, das sind alles wir. Leben nur für Sex und Sex, komm, oh. Sei nicht jetzt schon angepisst. Fehlen dir Gehirnzellen oder hast du es bald? Jay! Willst du reden, Jay? Meine Gedanken willst du sicher nicht hören. Kommt drauf an, was deine Gedanken sind. Ihr seid gerade beide stiller als das Stille im Wasser. Ich versuche mich zu sammeln, aber ich kann dir auch direkt in die Fresse hauen, wenn du nicht warten kannst. Meine Hoden jucken. Was hat jetzt jeder gesehen, Hiso? Ach, und seit wann soll mich das interessieren? Du bist schon wieder so hasserfüllt gegen mich. Nur weil ich dich anders mag, als du es dir vorgestellt hast. Ach was. Warum sitze ich eigentlich mit euch zusammen? Ihr sollt das selber klären. Naja, du wolltest doch auch etwas loswerden, oder nicht? Hier gibt es Essen. Da schmiere ich Niki ins Gesicht. Dann mache ich das schon mal heiß für deine Haut. Alter, wenn ihr euch jetzt gleich bekriegt, dann gehe ich. Nö, aber wenn er auf Kriegsfuß ist, dann wehre ich mich. Ich lasse mich nicht mehr klein machen von ihm. Nicht mehr. Ich habe dich echt gemocht, Niki. Schau mal, Niki, wie es deinem Ex-Freund gerade geht. Er liegt auch jetzt immer noch im Bett. So kraftlos ist er wegen dem, was passiert ist. Hast du ihn jemals so gesehen? Nee, das schockt mich gerade. Mich auch. Komisch, dass er das vor Songhorn gezeigt hat. Vielleicht, weil er nicht anders mehr konnte. Ach, und ich habe ein Videotagebuch von ihm gefunden. Das durfte bestimmt niemand sehen, aber ich will es euch trotzdem mal zeigen. Okay, das will ich unbedingt sehen jetzt. Liebes Tagebuch, die schmerzvollen Tage haben begonnen. Seit dem Tag, an dem Niki Schluss gemacht hat mit mir. Ich fühle mich so verlassen und ungeliebt. Ich habe versucht, meine Familie zu erreichen, aber sie lehnen mich nur ab. Ich weiß nicht, was Niki denkt, aber ich kann so nicht weitermachen. Ich muss zu einer Entscheidung kommen und ich werde Niki ein für alle Mal vergessen. Denn so will ich nicht leben. Ich will mich wieder frei fühlen. Und es tut mir so schrecklich leid, dass ich für Niki nicht länger warten und aushalten kann. Aber ich muss da jetzt an mich denken. Ich werde sie aus meinem Herzen ein für alle Mal löschen. Ende des Tagebuchs. Jetzt kannst du sagen, was das mit dir macht, Niki, wenn du das so hörst. Wieso hast du mir das gezeigt? Wolltest du, dass es mich so niederschmettert jetzt? Du hast es vor uns schon gesehen. Das hast du mir mit Absicht gezeigt. Nein, aber ich finde, dass du die Wahrheit wissen solltest. Selbst wenn sie wehtut. Und zur Krönung schmier ich dir das jetzt ins Gesicht, Niki. Wenn du noch bisschen Gewürz auf deinem Gesicht haben willst, sag Bescheid. Wir haben hier alles. Oh geil, das ist was Scharfes. Da ist viel Pfeffer drin. Kommst du mir ein Millimeter Naht damit, Hissung. Kriegst du es gleich zurück. Das ist ja nicht, Hissung. Das würde dir auch gut stehen. Damit du ein für alle mal checkst, dass man sich nicht in den schwulen besten Freund verknallen sollte. Ich schütte dir das alles von mir aus und glaub mir, Jay wird dich diesmal nicht beschützen, weil er derselben Meinung ist wie ich. Doch, wird er. Ach ja? Dann schau dir sein Gesicht jetzt mal genauer an. Sieht nicht so aus. Er ist nur in Gedanken verschwunden. Das glaube ich weniger. Was ist da drin? Dein versteckter Narzissmus. Glaubst du etwa, ich habe das alles so gewollt oder gewusst? Nein! Deshalb habe ich auch mit dem Jungen, den ich so liebe, auch extra abgebrochen. Ja, okay. Dafür gebe ich dir Props. Habe ich gut gemacht. Ich weiß. Ihr lobt mich nicht. Also sage ich es mir selber. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich muss irgendwie ganz groß scheißen gehen. Bin gleich wieder da. Direkt so rausgehauen. Nice. Der kommt bestimmt nicht wieder. By the way, ich sage es ungern, aber Songon hat ein Video nur für dich aufgenommen. Wieso sage ich das überhaupt? Ich schwein. Aber irgendwie ist er damit zu mir gekommen. Warte, ich muss mich anschnallen. Sonst haut es dich vom Stuhl, oder wie? Ja, weil er mir gerade noch fehlt. Bei ihm habe ich Angst, was er sagt. Keine Angst. Ist diesmal keine Anmache. So, jetzt wo Jay auch wieder da ist, können wir es uns zu dritt mal reinziehen. Ich bin nervös. Brauchst du echt nicht. Der ist korrekter als gedacht. Uh, was ist das? Desinfektion? Das kam jetzt unerwartet. Du stinkst halt. Alles nur wegen dir. Ha? Du stinkst. Deshalb ist er auf die Idee gekommen. Wenn ich stinke, dann stinkst du mehr. Bist ja auch ein Junge. Film ab. Hey, Niki. Es tut mir leid, dass ich dir das nicht so direkt persönlich sagen kann. Aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu. Da ich viel mit Sunu klären muss. Ich will dir nur sagen, dass ich dir auf keinen Fall mehr im Wege stehen will. Wenn du es mit Jungo nochmal versuchen willst, tu es. Mach das, was dich glücklich macht, ja? Ich habe endlich verstanden, was Liebe bedeutet. Und zwar, dass man den Menschen, den man liebt, leben lassen soll. Selbst entscheiden lassen soll. Weil, Niki, wenn du glücklich bist, dann werde ich es auch sein. Und ich werde dich, wo ich nur kann, unterstützen, ja? Ich habe gemerkt, wie echt meine Liebe dir gegenüber ist. Und ja, bitte verzeih mir, dass ich das wieder zum Ausdruck bringe. Aber ich muss es eben, weil das meine Gefühle zu dir sind. Ich glaube, dass meine Liebe vergleichbar ist mit dem von Sunu zu mir. Weshalb ich auch angefangen habe, Sunu ihren Freiraum zu lassen. Mann, verdammt, weil mir das alles endlich einleuchtet. Verstehst du? Sie soll mit demjenigen glücklich werden, für den sie sich entscheidet. Und genau so sollst du es auch, Niki. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich habe mich, ich habe mich noch nie so verloren wie in dich. Noch nie war mein Herz so ehrlich wie zu dir, Niki. Noch nie habe ich so empfunden wie zu dir. Ich, ich liebe dich. Ich habe mich so endlos verliebt in dich. Und ich will, dass du selbst entscheidest. Werde glücklich und finde deinen Prinzen. Selbst wenn es nicht ich bin. Du bist ein tolles Mädchen. Bleib so, wie du bist. Himmelswillen, seit wann redet der so? Ich sag doch, der ist nice geworden. Der scheint sich ja echt zu bessern. Ja, klasse, oder? Aber wieso kommen wir beide gerade miteinander so klar? Ah, fuck, wie ich es selbst schon nicht mehr mitbekomme. Ich auch nicht. Leck mein Hintern, ey. Ist doch nicht so schlimm. Ach, sei du leise. Sag mal, willst du Hissungsgesicht immer noch zu einem Pfannkuchen machen? Ich muss auf alles vorbereitet sein. Komm, ich helfe dir. Ach, ihr beide seid jetzt ein Team? Okay, dann bereite ich mich auch schon vor. Aber dann kriegt ihr es beide ab, ihr Hunde. Alter, wieso habe ich schon wieder Hunger? Hab doch gerade was gegessen. Mein Kopf ist irgendwie super leer gerade. Eigentlich sollte ich traurig sein wegen Jungwon. Aber keine Ahnung, ich kann gerade nicht mehr denken. Red dich mit ihr. Hissung, du Bleichgesicht. Die hat sich mal verdient, dass man sie mit ihren Namen anspricht. Wenn nicht wir, wer sonst holbirne. Es stinkt, setz dich weg von mir. Sie ist nicht deine Tochter. Mach jetzt deine Hände da weg, du Schlampe. Das tat weh. Ey, sag mal, kannst du aufhören, dich ständig so anzubaggern? Ich hab sie nicht. Ach ja, ich sehe doch alles in deinen scheiß Augen. Nein, ich höre jetzt nicht auf, wenn du mein Bro bist, dann hältst du zu mir, klar. Fickt euch. Denkst du an mich, Klatschhose? Dann geht doch, von mir aus beide. Sag mal, was fühlt sich der Kerl immer angesprochen? Dir ist klar, dass du nicht damit gemeint bist. Keiner liebt mich. Wie ist sie denn geworden, ha? Sag es mir. Sie hat sich null verändert, aber wenn du auf so blöde Ideen kommst, dann wehrt sie sich. Ist doch klar. Was ist das? Soll es verdammt nochmal sterben? Also, dann geh doch zu Niki. Was bist du hier bei mir? Weißt du was? Ich war der Einzige, der so besonders war. Was? Guckst du so Tellergesicht? Hört auf, unsere scheiß Videos zu gucken, Alter. Hier gibt es noch genug andere Kanäle. Dann lacht doch. Guckt, wie sein Kind vibriert. Wieso hat er sich verknallt? Hier weißt du ganz genau, dass ich schwul bin. Oh Gott, wieso cuttet sie mich da nicht raus? Ich hab schon so viel Scheiße gebaut. Deswegen hasse ich auch Niki so. Mich triggert die ganze Scheiße. Akzeptier's endlich, du möchtigen Vater. Und du bist nicht mal ihr echter Dad. Hör auf sie, wie deine eigene Tochter zu behandeln. Alter, jetzt sei nicht so haifersüchtig. Sie hat grad einfach ihre Haiphase. Ich hasse es, wenn man es mir nicht direkt in meine glanzvolle Fresse sagt. Ich bin hungrig, lass essen. Ich rede mit wem, ich will, du Lusche.